Okay, also Representen. Das klappt bei den Deutschen immer nicht so ganz so gut, aber bei wem das richtig klappt, ist bei Faschert und mir. Was geht? Alles gut? Alles gut bei dir? Ach, du bist ein Muskelkater. Von was denn? Sport? Ich mach keinen Sport. Wir spielen ein ganz tolles Spiel und ich habe gestern im Werkunterricht was gebastelt, nämlich eine kleine Paulskirche. Wow. Hast du niemals selbst gebastelt? Natürlich. Babbel, mir schnell voll. Guck mal, da ist schon was umgefallen. Bitte. Okay, ich lese vor. Du lese vor. Taubentheater. Ihr diskutiert, wer... Warte, ich muss kurz fragen. Müssen wir warten wegen dem Ton? Nervt das mit dem, mit dem Ding? Eigentlich schon. Ist authentisch. Ist authentisch. Okay, Taubentheater. Ihr diskutiert, wer im Parlament sitzen sollte und mit welchen Themen ihr euch beschäftigen wollt. Vielleicht kommen euch auch schon Ideen für konkrete Gesetze. Parshat ist die Akademikertaube, hat die Mehrheit, hat studiert und ist Juristin, fetter Beruf mit Fat Money. Noelle ist die Handwerkertaube, ist weniger stark vertreten, Dachdecker, pragmatisch, weniger Patte. Also wir sollen jetzt echte Tauben hier einsammeln. Echte Tauben einsammeln? Ja, hast du Handschuhe? Willst du die richtig fangen? Soll man denn... Also ist das erlaubt? Wenn die Polizei angefahren kommt jetzt gleich, dann schubst ich dich nach vorne, ja? Aber du musst dich so ein bisschen so dingsen. Hast du dir Brot geholt? Nee. Junge. Also das hat gar nicht funktioniert? Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Nee, passiert. Ich habe eine Alternative. Bitte. Du bist die Akademikertaube und ich bin die Handwerkertaube, ja? Okay, willst du anfangen? Ich fang an. Wie willst du denn die Probleme der richtigen Leute wissen? Komm doch mit zu mir. Also... Und dann? Sollen wir switchen? Meinst du, das macht was mit mir? Oh ja, das macht was mit mir. Ich merke gerade, das macht was mit mir. Macht das was mit mir? Also ganz kurz. Ich will, dass meine Kinder jetzt regelmäßiger zur Schule gehen können. Ja. Statt irgendwelche Nebenjobs machen zu müssen oder ihre Schule aufbauen. Ja, aber die können auch zur Schule gehen. Ist doch super. Können sie nicht, weil ich brauche auch Unterstützung zu Hause. Wegen Geld. Achso, das heißt, machst du Kinderarbeit? Die arbeiten für dich? Christian, ich hau dich gleich auf die Fresse. Okay, gibt es noch ein anderes Problem, was du hast, wenn du schon am Meckern die ganze Zeit bist? Ja, Representation. Nee, nee, ich will da meckern, meckern, meckern. Ich bin die Meckertaube. Sorry, Waller. Guck mal. Ich will, dass hier mehr Leute von... Wer ist Waller? Hä? Wer ist Waller? Sag mal ganz kurz, kein verdammter Klugscheißer. Du gehst mir auf den Sack oder auf meine... Was haben Tauben? Ach, so Nüsse, oder? Also Hoden. Tauben Hoden. Wir machen es so. Ja. Du und ich arbeiten mehr zusammen. Okay. Weil was wir nicht brauchen, ist eine bigger Gap between rich and poor, okay? Taubenschlagcheck. Taubenschlagcheck. Fuck you, Alter. Super, Dankeschön. Ja, okay. Ich wünsch dir was. Warte, ich geh hier... Achso, ich muss da lang, ja. Tschüss. Ich muss zur U-Bahn. Ja, musst du zur U-Bahn? Ciao, Marcel. Hallo, bis dann. Ja, tschüss. Hallo, tschau. Kannst du gerne noch, weiß ich nicht, spielen? Ach, ist das jetzt ein Abschied für immer? Nein. Ich muss zur U-Bahn. Okay. Ich muss nach Berlin. Okay, bis dann. Tschüss, Noel. Tschüss. Tschüss.